haben wir auch noch mal fisch auch jetzt wirklich wieder noch ein sturm auf dann heißt dann nämlich auch nur 12 für schmidt werden dann den weg langlaufen zur hütte die machen jetzt hier kurz im prozess wenn jetzt nicht warte wir sind hier also müssten dass der behälter sie müssten jetzt hier dass das hause müssen jetzt da lang laufen ich trau mich nicht ich trau mich wirklich nicht das war viel zu schnell umgeschlagen kann ich hier draußen noch irgendwie das kaputt hauen bevor ich reingehe und bretter oder so kann ich das machen das rad mache ich dann kaputt ach doch nicht so toll hätte ich doch riskiert inventar einmal hier runter also noch mal ein zwei kilo fisch und dann laufen wir wenn das verschnabulieren dann laufen wir dann dann dürfen wir lang laufen ja da lang hoffe ich glaube ich oder das werden wir zumal weg essen das was kleinste das hier 500 600 das nehmen wir mit und das nehmen wir mit hier ist das haus warte map wir sind jetzt hier unten das müsste ich jetzt rechts oder so weit rechts rum nähne ich mache ich mal hier lang hier wird es drei stück davon dass ein paar wölfe ok wir nehmen noch mal dass wir dann 30 davon haben weil das war dann einfach und jeder kommt schon mal ein wolf oder 20 16 17 18 19 20 so ich glaube das ist die falsche richtung jetzt ja nicht eigentlich da lang nicht wahr da sind noch weitere wölfe na geil möchte eigentlich zu dem haus dort hinten so viele wölfe hier unfassbar müssen eigentlich auch noch kohle hier irgendwie rumliegen von meiner logik her das ist also alles verkohlt als abgebrannt ist 1 2 3 4 ja Wo bin ich hier eigentlich? Genau in die Falsche. Ich bin hier in die richtige Richtung gelaufen. Map. Ich muss... Exakt da lang. Ja. Fuck. Unter die Hängebrücke dort hinten. Muss ich. So. Unter die Hängebrücke muss ich. Glaube ich. So, weil ich das verstanden habe. Ich bin sonst gut in Orientierung. Aber hier sieht ja so alles gleich aus. So. So. Ich bin einfach mal ein Rudelwölfe jetzt, ne? Verdammt. So. So. Und jetzt werde ich hier nochmal hochlaufen. Ich glaube, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt glaube ich schon. So. 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 Ist schon mal der Wolf durch. So. Ja, wir sind richtig. So. Mal hier lang. So. Jetzt müssen wir hier zum Haus eigentlich, ne? Hier ist irgendwo das Haus. Dann irgendwo die Map. Hier sind wir. Und dann irgendwo linksseitig ist das Haus. So. Und jetzt schnell zum Haus, was hier irgendwo da sein dürfte. Da hinten. Toi, toi, toi. Mal verrückt, dass ich jetzt hier auch kein Eichenbaum finde, ne? Ich will diese Eicheln haben. Da ist das Haus. Oh, ich will diese blöden Eicheln haben. Aber diese vorher gehärteten Sachen habe ich schon. Ich dachte schon, was ist das denn für ein crazy Ding? Der Baumstamm, der da oben drauf liegt. Was zum Teufel ist das? Okay. Das heißt, wir können hier ganz viel Fett... Oh, wir können noch mal ganz viel Lampenöl nehmen. Richtig gut. Okay. Seenotfackeln, sehr gut. Kann ich da hoch? Ich hoffe, ich kann jetzt da hoch irgendwas finden. Das wäre cool. Das wäre cool. Wenn dann noch mal hier was ist. Und da drin ist, werden wir auch gleich mal... Gleiche durchsuchen, okay. Eine Limo, sehr gut. Tut mir echt leid, Bro. Ey, eine Leuchtpistole ist da oben. Also, ich kann da eigentlich nicht da hoch, ne? Erst mal. Ich muss dann gucken, ob ich es dann von der anderen Seite irgendwie hinkriege. Auseinandernehmen. Da ist nichts Cooles drin, okay. Aber wir kommen da nicht hoch, ne? Oder? Doch. Das ist ja fett. Wenn wir jetzt doch hier hochkommen könnten. In irgendeiner Weise. Können wir jetzt auch nicht hochmuggeln? Ne, ne? Ne. Das heißt, wir gehen jetzt mal zur Hütte. Wenn da mal chillen, speichern. No. Ach, kenne ich dieses, äh, diesen Sound. Och, na? Na, meine Freunde? Wie geht es euch? Ich bin jetzt vor dem Schwimmer zurück. Ich gehöre mir jetzt irgendeinen Stream. Essen Nudeln. Super süß. Das ist alles hier. Weil, ich hab'n Beil. Ich hab'n Beil. So. Nochmal. Auseinandernehmen. Warte. Aber ich glaube, wenn das hier... Kein... Kein... In den Winter erstmal... ...das restliche Zeug essen. Ach, komm, muss ich pinkeln. Ach, komm, muss ich pinkeln. Noch zwei, das hier ablegen. Noch zwei Stücke nehmen und dann haben wir wieder... ...ein paar... ...feuergehärtete Pfeile. ...was richtig fett wäre. Ach, komm, mal ein Stock. Spiel sei jetzt nicht so gemein. Nur ein Stock, Mann. Weil... Ich will ein Pfeil. Ach. Unfassbar. Ich scheide jetzt einfach an einem Stock. Wie klasse das aussieht. Oh, ich muss mal... Oh, der nicht aufs Klo. Klo, 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 klo. Oh. Huh? Äh, ich hab' die... Umschalt-Taste zu lange gedrückt. So. Äh, okay, Leute. Ich werde jetzt... ...mal das ganze Holz hier einfach mal liegen lassen. Hier. Inventa. Alles ablegen. Oh, Mann. Das ist jetzt irgendwie... Das ist jetzt ein... Ah, da ist ein Stock. Oh. Oh. Ich dachte, das schaltet jetzt in einem blöden Stock. So. Das heißt, wir werden jetzt ins Haus gehen, abspeichern. Und dann gucken, was der... Und dann werden wir hier schön den Fisch kochen. Richtig gut. Hä? Äh, da lang. Wir werden jetzt mal gucken, was wir hier so finden werden. Ich hoffe auch, coole Sachen. So. So. Okay, so. Pfeilspitzen. Hundefutter, was sehr gut ist. Tagebuchseite. Wir gehen die Ausreden aus... Äh, mir gehen die Ausreden aus, warum ich die Klappe halten soll. Jetzt nehmen die Bergläute mich vielleicht nicht ernst, aber wenn sie so weitergraben, zu tief. Wenn man mich fragt, viel zu tief. Metalleimer. Ich bräuchte eigentlich ein Stück Metall, damit ich das Ding hier reparieren kann. Metallschrott bräuchte ich. Wirklich. Brecheisen. Streichhölzer. Hier drin ist nichts. Sprühfarbe. Ein Karton. Stapel Papier. So. Ach, Mann. Das hier. Auseinandernehmen. Auseinandernehmen. Vielleicht werde ich nochmal das Licht anmachen. Mal eine Kiste auseinandernehmen. Mal gucken, was da drinnen noch mal versteckt ist, wenn da was versteckt ist. Weil mal in einem Spielstand waren hier auch sehr ein paar Sachen drinnen, die versteckt waren. Oder... Ne. Einfacher Pfeil könnte ich jetzt machen. Das ist natürlich auch krass. Bügelsäge haben wir leider nicht. Nehmen. Wir werden jetzt mal den Fisch hier reinnehmen. Den ganzen Fisch. Wie ich den sehen würde. Ähm, da lang. Und das ganze Holz nehmen wir nochmal mit. Ach, Mann. Nein, 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 nein. Ich bin eh schon Futschi. Futschi Kato. Durch. Das war das kaputte Feuerstahl, okay? Fuck. Jetzt kommt ein Wolf und kehrt mich. Ich sehe es schon. Ablegen. Alles. Ablegen. Alles. Jetzt gehen wir mit dem Fisch rein und werden es dann ablegen. Und ein Inventor. Das war hier. Inventor. Inventor. Das hier. Aktion zerlegen. Verlegen. Da haben wir nämlich sonst einen Metallschrott wieder. Regal. Nein. Bett. Inventor. Trinken. Wir werden das hier essen. Weil das können wir jetzt verkraften, wenn wir jetzt nochmal schlafen müssen. Zählst. Hundefütter. Fütter. Werden wir jetzt auch nochmal essen. Das ist auch schon mal weg. Das hier werden wir jetzt auch nochmal trinken. Zu Ende trinken. Die ganze Kram müssten wir eigentlich ablegen. Und was machen wir denn morgen früh? Während wir jetzt hier schlafen werden, werde ich nochmal die Chance nutzen, aufs Klo zu gehen. Dann ist alles abgespeichert. Und. Ich bin nochmal zwei Stunden schlafen. Ja. Truhe. Kleidung. Die Sachen ablegen. So. Dann haben wir. Müssen wir das nochmal reparieren. Ich habe zwar gesagt, wir gehen jetzt mal aufs Klo, aber. Wenn es mal. Erstmal reparieren. Oh, ich hoffe es klappt jetzt. Super gut. 58. Das hier. Aktion. Wir müssen das am Metallschrott 2. Sehr gut. Trinken. Wir gehen jetzt mal raus. Ne. Wir werden jetzt hier. Inventar. Das Holz auch nochmal ablegen. Das hier vor allem ablegen. Viel zu viel. Das werde ich draußen liegen lassen. Das ist es köglich. Bis zum nächsten Mal. Ich bin herzlich geschenkt. Vielen Dank.